Heute sind wir in Köln. Habt ihr das gesehen? Der Kölner Dom. Wir berichten, was hier in Köln los ist. Ob den Leuten der Arsch aufgeht oder was auch immer. Wir fangen es an. Also, viel Spaß. Bye. Gutbox TV. Wir hätten gern ein paar Fragen an Sie. Sie stehen ja schon seit Jahrzehnten hier mit der Klagemauer hier in Deutschland. Und wie das überhaupt ist, Ihre Initiative und Ihre eigene Sache, wie Sie dazu stehen. Ja, ich bin Walter Hermann. Ich habe hier vor 20 Jahren, eigentlich sind es schon 21 Jahre, angefangen eine Klagemauer zu bauen gegen Krieg und Unterdrückung. Wir singen an mit dem Goldkrieg 1991. Inzwischen sind wir bei dem Thema Palästina gelandet. Und zwar schon seit fünf Jahren etwa. Das hat seinen besonderen Grund. Israel kann immer wieder die Palästinenser hernehmen, mit dem machen, was sie wollen. Und die internationale Öffentlichkeit schaut dazu und lässt es gewähren. Und bei uns ist es so, hier in Deutschland, die Regierung Merkel lässt überhaupt nichts verlauten über das, was in Ost-Jerusalem oder in West-Jordanland vorgeht, auch was in Gaza vorgeht. Und während des Gaza-Krieges hat die Verständnis für Israel geäußert, man muss sich vorstellen, das war ein Massaker gewesen. Da sind 1400 Leute ums Leben gekommen. Das war ein Überfall gewesen. Man hat ein Flüchtlingslager-Chapaglia bombardiert. Und unsere Regierungschefin sagt, ja, man muss mit Israel Verständnis haben, also wegen den Kasum-Raketen. Aber die haben nur 15 Kilometer Reichweite und sind Reaktionen auf schlimme Maßnahmen von Israelis. Sie machen ja gezielte Tötungen dort, sperren die ein in den Ghetto und nehmen die Lebensgrundlagen weg. Und was jetzt noch besonders dazu kommt, ist, dass die Angela Merkel jetzt ihrem Dutzfreund Netan Giao versprochen hat, ein neues, ein sechstes U-Boot mit allen Raffinessen ausgestattet. Man kann damit auch Atomsprengköpfe losschießen. Das dürften wir sowieso nicht machen nach dem Automaten-Sperrvertrag, dass wir Material liefern, das praktisch für einen automaten Angriff auch tauglich ist. Und wir, die Bundesbürger, müssen praktisch zwei Drittel dieser Kosten übernehmen. Ein U-Boot kostet 500 Millionen Euro. Ein Drittel müssen wir direkt bezahlen und das andere Drittel läuft so, dass Israel der Bundesrepublik Militärgüter anbietet, die eigentlich die Bundesrepublik gar nicht braucht, um dann noch die restlichen zwei Drittel rüberzubekommen als Euro. Und das ist eine Schande. Vor einem Jahr hat Frau Merkel noch gesagt, als Netan Giao dieses Schrift angefordert hatte, sie wollte das nicht machen, solange diese Siedlungspolitik weitergeht, man immer mehr Land den Palästinens wegnimmt und sie kasseniert. Und jetzt hat sie voll die Forderungen von Netan Giao erfüllt. So läuft es immer wieder. Israel hat Druck aus und wenn wir uns dann hier zu Wort melden und hier diese Bilder zeigen über das, was da wirklich geschehen ist, dann werden wir so in die Zange genommen. Also der Oberbürgermeister von Tel Aviv hat von der Stadt Köln gefordert, dass hier das verschwindet. So einfach ist das nochmal nicht. Wir haben ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig erkämpft, nachdem wir hier den Versammlungsstatus beanspruchen können. Das liegt daran, dass hier Leute selber eine eigene Meinung schreiben können und damit ein Dialog stattfindet über dieses Thema. Man hat dann eine Resolution entworfen und verabschiedet. Das ging über den Oberbürgermeister und die Parteien wurden aufgefordert, diese Resolution zu unterschreiben. Allein die Partei der Linke hat da nicht mitgemacht. Und die Repräsentanten der katholischen und evangelischen Kirche haben auch unterschrieben. Und der Inhalt der Resolution war, das ist eine Schande für Köln, das ist eine antisemitische Hetze. Und es wurden noch andere Gruppen aufgefordert, sich dieser Resolution anzuschließen. Der Vorstand der alten Feuerwache, wo wir unsere Sachen abstellen, hat die auch unterschrieben. Und wir hatten die größten Schwierigkeiten dort. Man hat uns erst eine Abmahnung geschickt. Und dann hat man uns auch die Räume gekündigt und sogar Hausverbote erteilt. Uns gelang es allerdings, eine außerordentliche Mitgliederversammlung in diesem Bürgerzentrum hinzubekommen, das dann eine Zweittitelmehrheit für uns ergeben hat, sodass alles wieder rückgängig gemacht werden musste. Das zeigt doch, was alles angestellt wird, um uns hier diese Aktion nicht möglich zu machen. Dann waren so junge Leute da gewesen, die ja auch so Israel-Fans sind. Wir nennen die Anti-Deutsche, die sind bekannt in anderen Städten auch. Und die kamen immer wieder, um uns Plakate rauszureißen oder Hakenkreuze auf der Unterschriften zu schmieren und uns anzuspucken, Schilder wegzunehmen, auch hier im Stuhl mit der Spendentose. Immer wieder so Überfälle. Aber das hat jetzt nachgelassen. Jetzt über Winter waren wir nicht so präsent gewesen, jetzt sind wir wieder da. Die können nicht noch mal so eine Kampagne auffahren. Also irgendwann ermüden die. Und wir denken, dass wir das noch weitermachen. Es ist auch notwendig, weil sich an der Situation der Palästinenser nichts ändert. Und Deutschland ist auch mitschuldig, weil Deutschland Israel in jeder Beziehung unterstützt. Und es geht nicht um einen gerechten Frieden dort, sondern nur Israel die Stange zu halten. Ganz gleich, was sie auch immer machen. Finden Sie auch, dass die deutsche Geschichte oder die böse deutsche Geschichte mit dran schuld ist, dass man heute Israeli nicht mehr kritisieren kann? Finden Sie, dass da wirklich auch vernunftbegabte Deutsche, die differenzierter gesehen, aufwachen sollten und wie Sie darüber diskutieren? Ja, es gibt jüdische Persönlichkeiten, wie Evelyn Hekalinsky, die zu uns steht, die sagen, wenn man sich diese Geschichte ansieht, was da in der Nazizeit geschehen ist, dann kann nur eine Konsequenz herauskommen, nämlich die, immer dann einzutreten, wenn eine Volksgruppe diskriminiert wird und in den Rechten schwer beeinträchtigt wird. Und das ist eine Botschaft, die man weitergeben kann. Also in diesem Fall im Konflikt Israel-Palästina ist es doch nicht eben so, dass die Palästinenser, die Ausgegrenzten, die Gedemütigten, die ihre Rechte beraubten sind. Und da ist es uns eine Verpflichtung, dazu die Stimme zu erheben. Und es sind ja auch Persönlichkeiten wie Stefan Hessel, der im KZ gewesen ist und schwer gefoltert worden ist und dann später bei der UNO die Menschenrechtskonvention mitentwickelt hatte. Der war hier gewesen mit seiner Frau und hat uns den Lücken gesperrt. Also eben kann man nicht vorwerfen, er war Antisemit. Sein Vater war Jude gewesen und er identifiziert sich auch mit der Geschichte des Judentums. Und er hat hier auf dem Karton geschrieben. Ja, das ist der Karton, der er geschrieben hat. Es war im Juni 2011 gewesen. Man muss sich erinnern, Israel dank seiner Existenz der UNO, aber was die UNO von Israel verlangt seit 60 Jahren, ist Israel ganz egal. Es haut weiter auf die Palästinenser ein, schrecklich. Stefanie Hessel, Juni 2010. Das war 2010. Also was wollen wir noch mehr? Also wir haben auch große Unterstützung. Es ist nicht nur so, dass gegen uns gearbeitet wird, es wird auch für uns gearbeitet. Wir stehen ja hier im Kölner Thron, das auch ein Wahrzeichen ist, der katholischen Kirche für ganz Deutschland. Und mich würde mal interessieren, Sie haben ja in Ihrer langjährigen Laufbahn in diesem Bezug viele Persönlichkeiten aus anderen Religionsgemeinschaften getroffen. Wie die dazustehen und wem Sie da alles so reagiert sind. Ja, also dass wir hier stehen auf diesem Platz, haben wir natürlich dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu verdanken. Völlig Informationsstände sind hier nicht erlaubt, aber weil wir den Versammlungsstatus haben, geht es hier. Und hier kommt alle Welt zusammen, also aus allen Weltgegenden. Und da sieht man auch den Kätzchen an, die hier geschrieben werden. Ich wüsste nicht, welche Nation, welche Sprache hier noch nicht vertreten wäre. Und es kamen dann immer auch interessante Persönlichkeiten vorbei. Also Stefano Hessel sagte schon, dann Dalai Lama. Der war über die Heinrich-Böll-Stiftung hierher gekommen. Und er hat sich einen Karton mitgenommen von mir. Und in dem Wasserturm-Hotel, wo er übernachtet hatte, hat er dann diesen Karton geschrieben. Wo wir eben bei Dalai Lama waren, da haben Sie uns doch was mitgebracht. Zeigen Sie mal. Ja, wir haben nämlich den Karton, den er uns geschrieben hat, dann auch so eine Postkarte gemacht. Und die habe ich hier. Also die sind in Debetisch geschrieben. Und das können ja meistens die Leute nicht lesen. Deswegen haben wir dann hier auf der anderen Seite in Englisch und in Deutsch den entsprechenden Text. Also wir wurden nochmal von einer Zeitschrift, die vom Bundesverwaltungsamt an die Goethe-Institute geschickt worden sind. Da war dieses Motiv mit dabei gewesen. Also die Klagemauer, wie sie am Don noch stand. Und da war nicht nur dieses Bild, da waren auch so Leute, die hier Kettchen geschrieben haben, porträtiert mit ihren Texten. Und diese Zeitschrift hatte eine Auflage von 1,5 Millionen. So, dass praktisch die Klagemauer so über die Welt bekannt wurde. Wir waren ja auch dann in anderen Städten gewesen. Nicht nur hier in Köln haben wir die Klagemauer aufgebaut. Wir waren zum Beispiel in Leipzig, in Berlin. Dann vor allem in Amsterdam. In Amsterdam war es wunderschön. Wir waren da sechs Wochen am Spreu gestanden und haben den ganzen Platz in Anspruch genommen. Aber die Kohländer hatten da viel Verständnis dafür und wir hatten keine großen Probleme. Probleme hatten wir nur hier in Köln und in Berlin. Und in Berlin hatten wir dann die Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht geschafft. Und da war dann alles wieder gut gewesen. Die heilige Stadt Köln, wie haben Sie sich denn die Geistlichen angestellt? Haben Sie da einen guten Kontakt zu? Ja, die hatten damals, 1996, wir waren ja da schon fünf Jahre gestanden, da hatten die einen Prozess geführt gegen die Klagemauer, also Stadt und Kirche zusammen. Und den hatten wir natürlich verloren. War irgendwie auch verständlich, weil wir da vorne am Eingang ziemlich groß aufgebaut hatten. Und damals hatten wir noch nicht den Versammlungsstatus. Dass wir überhaupt da erstmal so für längere Zeit stehen konnten, haben wir praktisch einen amerikanischen Kunstpromoter zu verdanken, der uns nach Louisville, die Hauptstadt von Gedacke, eingeladen hatte. Und zwar hochoffiziell. Er hatte diese Installation, die man hier ja sehen kann, als Beispiel neudeutscher Kunst angesehen. Und dann hat sich die Stadt geschämt und hat dann alles zurückgegeben, was sie wieder einkassiert hatte. Und wir konnten erstmal weitermachen. Aber fünf Jahre später war es ihm dann doch zu viel. Und da haben sie den Prozess geführt gegen uns. Und danach haben wir dann in verschiedenen Aktionen immer wieder deutlich gemacht, dass wir die Klagemauer weitermachen wollen. Also in verschiedener Formen. Zum Beispiel hatten wir Stangen, da hatten wir Kettchen angeklebt oder Schilder, dass die Klagemauer wiederkommen muss. Und da wurden wir immer gejagt von der Polizei. Und ich war oft im Gewahrsam gelandet. Aber wenn man bei der Sache bleibt und nicht gleich aufgibt, kann man gewinnen. Die Stadt hat sich selber einen schlechten Dienst erwiesen, hat sein Image als liberale Stadt erstmal verloren. Und es war dann sehr vernünftig gewesen, dass wir jetzt wieder diese Möglichkeit haben und es wieder auch toleriert. Letztendlich kommen die Politiker auch nicht dran vorbei, auch wenn sie jetzt Israel in jeder Beziehung die Stange halten wollen. Es war auch zum Beispiel Abbe Bär hier, der in Frankreich diese Obdachlosenbewegung immer aus uns Leben gerufen hat. Und von dem stammt der Satz, der bei uns auch sehr wichtig ist, überall zuerst den Schrecksten oder denen, die am meisten leiden, zur Seite stehen. Das ist die Quelle jedes lebendigen Friedens, in der Familie, in der Stadt, auf der ganzen Welt. Und das ist unser Leitspruch hier. Und wer will da etwas dagegen sagen? Eigentlich ist das ein gutes Ende so. Ich bedanke mich für uns, für den Bootboxer. Und wünsche Ihnen viel Glück, alles Gute. Und wir sind auch mal auf Ihrer Seite. Danke. Vielen Dank. Also Leute, nehmt euch ein Beispiel. Hier seht ihr, wie es geht. Tschakka! 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 Vielen Dank.